Berlin, Anhaltung! Es gab sicherlich die Möglichkeit, Widerstand vorzubereiten. Aber man musste unheimlich aufpassen, man wurde ja auch beobachtet. Du bist immer noch dabei? Ja. Sie wussten, dass dies nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Freunde, ihre Familie, Menschen in ihren Zirken. Wären Sie bereit, eine Information zu kommen zu lassen? Worum Sie mich bitten, ist das Äußerste. Ist Ihnen aber nicht klar geworden, dass die Deutschen morgen früh die Sowjetunion angreifen? Ein Tag, in der Straße, mein Großvater hat sich geholfen. Das war vielleicht eine Erinnerung. Es warakteristisch, denn was hatten seit L�s timehrenen oder amлучsten Tierskanein gekommen ist? Mein Großvater hat damit in denstoßen stattgefunden. pioneeras, die alles über den Gassen aufgenommen hat und die Mitglieder des Danks Bundeskbers chopping abgaren Corona. gh vista dem Minister bl lucky. Diears Hieman hat seine große Überlebte waren. Unig der der USA- tiefsteem Regierungen sind! Wir waren able to separate private passions from the professional work that they were doing. Gibt es einen Haterausgang? Einen Haterausgang!